Josef Friedrich Schmidt wurde ja in Armberg geboren und von daher hatten wir eben die Idee, dass wir hier in Armberg am Maasler, zum Herzen der Altstadt, den Weltrekord im gleichzeitig Münch-Ärgertigen-Spielen brechen. Der Andrang der Spielratten war riesig, sodass der Sieg eigentlich schon bei der Anmeldung feststand. Amberg ist neuer Weltmeister im Mensch-Ärgere-Dich-Nicht-Spielen. Der Marktplatz war am Samstagabend so rappelvoll, dass nur noch die offizielle Teilnehmerzahl fehlte, um den locker gebrochenen Rekord zu bestätigen. Die stand nach 30 Minuten gemeinsamer Spieldauer um 19.50 Uhr fest. 1.692 Leute machten mit beim Amberger Weltrekordversuch im Mensch-Ärgere-Dich-Nicht-Spielen. Die Außenstellen im Marienheim und im Klinikum St. Marien waren da noch gar nicht mit eingerechnet. Ein echtes Heimspiel also für die Stadt, in der das beliebte Brettspiel 1907 erfunden wurde. Und hier wird Musik gemacht. 2.6 wearable Knifles im Nach Jakob. 4.2.4 ? 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 Könnt ihr schon sein? Steht bei mir! Mit 1692 Teilnehmern allein am Marktplatz hat Amberg den bisherigen Rekordhalter Limbach-Oberfrohna in Sachsen um rund 640 Teilnehmern. Das ließ am Samstagabend alle großen und kleinen Mitspieler jubeln. Und viele blieben bei dieser Super-Sieger-Stimmung gerne noch länger sitzen und spielten auch nach dem geglückten Rekord noch fleißig weiter in der guten Stube vorm Rathaus. Untertitelung des ZDF, 2020